Die Schau. Juice. Das ist ein Aspekt von ihrem Spiel, dass Mary Jo und Harold Solomon haben sehr viel gearbeitet, die aggressiveren Seite. Das ist ein Aspekt. Das ist ein Aspekt. Das ist ein Aspekt. Das ist ein Aspekt. Die Nachricht ist ein Aspekt. Das ist ein Aspekt. Das ist das Wettbewerb. Oh, super gespielt! Viel Gefühl! Da weiß sie 5-10. Und auch gut, der Spielaufbau, über die Bekanze von Robertner. Da weiß sie natürlich ganz genau, dass da Meisterslice kommt. Das ist gut, von Fernandes. Konsistent driving, mit fine Lenz. Das ist gut, von Fernandes. Und Pinnen Graf in diese Backhand-Corner. Und er hat keine Chance zu escape von es. Was macht sie gar nicht ganz schnell? Was macht sie schon mal? Was macht sie? Was macht sie? Ja, sie hat das sehr schnell. Was macht sie? Was macht sie? Wann die Lenz? I think she's gone past that. I think she's in another Dimension now. Selbstvertrauen von Mario Fernandes. Nicht steigern. Ja, falsche Seite gewählt. Beifall sicherlich verdient, aber hier, da muss Steffi vor. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Great forehand. Thank you. Thank you. Thank you. Klasse gespielt. Intelligentes Tennis von Maricu Fernandes. 30-0. 13-0. 15-30. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 1-0. 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 15. Ohne viele Schnarkel. Duis! Dita es! 15. Dita es. Dita es. Dita es. So ein Ballwechsel ist natürlich Gift für die Moral von Jana Novotna. Das ist in der Semifinals der Australien Open. So ein Ballwechsel ist ein Ballwechsel. 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 So ein Ballwechsel. So ein Ballwechsel ist ein Ballwechsel. So ein Ballwechsel ist ein Ballwechsel. So ein Ballwechsel ist ein Ballwechsel. Er hat den Ausgleich gewonnen. 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 Das ist ein ganz schönes Winner. Aber da hat sie ihre Gegnerin. Untertitelung des ZDF, 2020